Wir alle kennen Prüfungssituationen. Das sind Situationen, die fordern uns meistens sehr heraus. Wir mögen sowas auch nicht unbedingt. Wir sind angespannt, aufgeregt und wir fragen uns, wird es reichen, was ich gelernt habe? Wird wirklich dieses Thema drankommen, wo ich mich sicher fühle? Wie wird diese Situation ausgehen, wenn ich alles erledigt habe? Wir stehen davor und wir haben das Gefühl, es steht ein Riesenberg vor uns und wir würden am liebsten das nicht machen wollen. Aber solche Prüfungssituationen gibt es, damit wir in unserem ganz natürlichen Leben weiterkommen. Einen Schulabschluss, einen Prüfungsabschluss für einen weiterführenden Beruf, egal was es ist, es sind diese Prüfungssituationen, die immer wieder in unserem Leben vorkommen. Wir sind nicht so, dass wir sagen, das würde ich jetzt gerne jeden Tag machen. In der Bibel habe ich was ganz Erstaunliches gefunden, was uns von David berichtet wird. Da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Weg gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. David hatte diese Einstellung in sich, dass er sich ganz freiwillig und am liebsten jetzt gleich und dem Herrn zur Verfügung stellen wollte, dass der Herr sein Herz prüft. Der Herr sollte seine Haltung prüfen. Der Herr sollte schauen, ob er in seinen Gedanken und in seinen Plänen auf den richtigen Gotteswegen ist. David wollte sein ganzes Herz offenlegen, dass Gott hineinschauen konnte. Ihn zu prüfen, zu forschen, ist da irgendetwas, was mich von Gott wegtreibt? In unserem Glaubensleben ist es wirklich auch so, wie in ganz normalen, alltäglichen, natürlichen Prüfungen. In unserem Glaubensleben sind wir Situationen ausgesetzt, wo unser Glaube durch eine Prüfung durchgeht. Aber wir sind in diesen Prüfungen gar nicht alleine. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen und er möchte uns helfen, durch diese Prüfung hindurch zu kommen. Er wird uns helfen mit Weisheit, mit Leitung, mit Verständnis, mit Trost, mit den richtigen Worten. Der Herr ist an unserer Seite und möchte mit uns hindurch gehen, durch die Prüfungen hindurch. Er möchte uns einfach weiterbringen in unserem Glaubensleben. Diesen Step nehmen, die Herausforderung nehmen, um weiterzukommen. Wir sollen mit ihm immer siegreich aus einer Prüfungszeit hindurch gehen. Er hat uns ausgerüstet. Es ist nicht so, dass wir in eine Prüfung hineinlaufen würden, ohne dass wir jetzt wüssten, wie wir uns zu verhalten haben. Denn das Wort Gottes ist etwas, was uns lehrt, wie wir im Leben durch diese Situationen unseres Lebens hindurch gehen sollen. Die Bibel lehrt uns, wie wir denken, wie wir die Sachen beurteilen sollen, was wir lernen sollen. Sie ist einfach ein Lehrbuch für uns. Und ich möchte dich ganz neu ermutigen dazu, dass du in der Bibel liest, dass du lernst, dass du dein Wissen einfach auch anreicherst und dass du den Heiligen Geist bittest, dass er dir Weisheit und Verständnis für das Wort Gottes schenkt. Damit du durch die Prüfungen durchgehen kannst. Du bist ausgerüstet. Du bist mit dem Wort Gottes versorgt. Und du wirst siegreich hindurch kommen, weil der Herr an deiner Seite ist. Ich wünsche dir, dass du durch deine Prüfungssituationen einfach mit dem Heiligen Geist und mit Gott zusammenarbeitest und einfach da auch siegreich rauskommst. Ich weiß, Gott hat mehr für dich. Ich wünsche dir, dass du dich.